Warum lohnt sich eine Rundreise durch Jamaika? Eine Reise durch Jamaika ist der Traum für alle Strand- und Sonnenanbeter, kann aber als spannender Erlebnisurlaub inmitten der tropischen Natur gestaltet werden. Neben ganz viel Agikultur, gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, die man besichtigen und machen kann. Welche Städte und Regionen solltest du in Jamaika besichtigen? Regi, Rastafari und Rum. Das sind wohl die ersten Dinge, die einem zu der karibischen Inseln einfallen. Doch die faszinierende Insel zieht Gäste aus aller Welt nicht nur wegen ihrer heißen Rhythmen, der fantasievollen Frisuren und der hochprozentigen Getränke an. Welche kulturellen Besonderheiten hat Jamaika zu bieten? Jamaika hat eine ganz besondere Kultur, die man nirgends anders finden kann. Zu bieten, wie schon erwähnt, ist Jamaika aus unzähligen verschiedenen Kulturen zusammengewürfelt worden. Sei es Briten, Spanier, Taino oder Westafrikaner. Der Mix hat die typische jamaikanische Kultur gebildet. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Jamaika? In Jamaika findet man jede Menge Luxusressorts und ein Überangebot an Touristenbespaßungen. Dabei ist es nicht ganz einfach herauszufinden, welche Highlights und Sehenswürdigkeiten man wirklich erlebt haben muss. Welche Aktivitäten lohnen sich auf der karibischen Insel? Neben der atemberaubenden Landschaft hat Jamaika auch sehr viele spannende Aktivitäten zu bieten, welche du nicht verpassen solltest. Erfährst du in diesem Abschnitt. Wie gefährlich ist es in Jamaika? Grundsätzlich ist Jamaika ein sicheres Land. Dennoch herrscht eine gewisse Kriminalität auf der Insel. Aufgrund der Armut kann es zu Diebstählen kommen. Darum raten wir dir auf Jamaika keine unnötig hohen Geldbeträge mit dir herumzutragen. Welche Impfungen benötige ich für Jamaika? Zur Einreise in Jamaika gibt es grundsätzlich keine verpflichtenden Impfvorschriften. Dennoch wird geraten, gewisse Standardimpfungen durchzuführen, um so Krankheiten vorzubeugen. Gibt es besondere Einreisebestimmungen für Jamaika? Die Einreise für deutsche Staatsangehörige nach Jamaika ist nur mit einem Reisepass, welcher noch mindestens sechs Monate gültig ist. Möglich. Eine weitere Anforderung zur Einreise ist das Vorhandensein des Hin- und Rückflugtickets, welche man während der Reise immer parat haben muss. Wie lange sollte eine Rundreise durch Jamaika dauern? Es ist schwer zu sagen, was die optimale Reisedauer ist, da diese sehr stark davon abhängt, welche Teile der Insel besichtigt werden wollen. Wenn du möglichst viel von Jamaika sehen und erkunden willst, solltest du dir mindestens zwei Wochen dafür Zeit nehmen. Welche Sprache wird in Jamaika gesprochen? Jamaika gilt als zweisprachiges Land, in dem Englisch und Jamaikanisches Padwa gesprochen wird. Offiziell ist Englisch die Hauptsprache in Jamaika. Dennoch ist das jamaikanische Patios am weitesten verbreitet. Dabei handelt es sich ausschließlich um eine gesprochene Sprache und keine geschriebene Sprache. Welche Währung benötige ich in Jamaika? Die Währung, die in Jamaika gültig ist, ist der Jamaika-Dollar. Dieser wird mit dem Kürzel JMD abgekürzt und besteht wie ein Euro. Auch aus 100 Cent pro Dollar. Der Wechselkurs beträgt ungefähr 1 Euro pro 138,35 Jamaika-Dollar. Welche Kreditkarte sollte ich für Jamaika nutzen? In Jamaika ist auf jeden Fall Bargeld die bevorzugte Bezahlmethode. Dennoch kannst du in den Großstädten und Touristenregionen auch problemlos mit der Kredit- oder EC-Karte bezahlen. Dabei sind jedoch vor allem Kreditkarten weiter verbreitet. Wie ist das Essen in Jamaika? Die jamaikanische Küche ist im Allgemeinen scharf gewürzt und deftig. Vor allem Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchte, Obst und Gemüse landen in Jamaika auf den Tellern. Einige jamaikanische Spezialitäten sind zum Beispiel. Wie kann ich meine Unterkunft in Jamaika buchen? Auf der gesamten Insel werden sowohl Hotels, Ferienwohnungen oder auch Ferienhäuser angeboten, die du ganz einfach online finden und buchen kannst. Dabei solltest du auch immer Preise vergleichen, da diese sehr stark variieren können. Gibt es Mietwagen in Jamaika? Willst du so viel wie möglich von Jamaika sehen? Dann bietet es sich an ein Mietauto auszuleihen. Es gibt auch in Jamaika jede Menge Anbieter. Die Autos vermieten. Schon am Flughafen befinden sich zahlreiche Autovermietungen. Die du schon im Vorhinein online buchen kannst, kann man die Karibik auch mit dem Wohnmobil erkunden. Wenn du dich frei bewegen willst und nicht an Hotels gebunden sein willst, bietet es sich an, die Karibik mit dem Wohnmobil zu erkunden. Es gibt in Jamaika zahlreiche Anbieter. Die Wohnmobile auf der karibischen Insel vermieten. Was sollte ich als Backpacker bei meiner Jamaika-Reise beachten? Auch als Backpacker kannst du die wunderschöne karibische Insel erkunden. Backpacking ist wahrscheinlich auch die günstigste Variante, um so viel wie möglich von Jamaika zu entdecken. Hotels und Anb-Schlafplätze kann man bereits ab 10 Euro pro Nacht finden. Ist Jamaika für Camping geeignet? Auch für Camper bietet Jamaika einige Möglichkeiten. Zahlreiche Campingplätze bieten günstige Unterkünfte für Camper, Backpacker oder auch andere Touristen. Was solltest du bei der Reise nach Jamaika mit deinem Haustier beachten? Bei einer Reise nach Jamaika mit deinem vierbeinigen Begleiter solltest du vor allem Flug auf die Reisebestimmungen mit Haustieren achten. Dabei sind oft einige Gesundheitsanforderungen gegeben, die du vor der Reise erfüllen musst. Eine Reise nach Jamaika mit Haustier beachten. Ich möchte sie in der Reise nach Jamaika mit Haustier zu verabschieden. Das ist ein paar Reise nach Jamaika mit Haustier zu verabschieden, die du vor der Reise nach Jamaika mit Haustier zu verabschieden. Untertitelung des ZDF, 2020